Ah, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Rexit. Ja, ich habe gerade meine Aufnahme aus Versehen gestoppt. Ähm, ja, wir sind hier wieder zurück und uns fehlt nur noch ein Teil. Teil, bis wir die Maschine bauen können. Und dieses Teil werden wir uns jetzt beschaffen. Ähm, und dieses Teil war... Der Roboter! Yay! Ach, genau, Osmium Compressor. Iiiiiiiiih! Was war das? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht ernsthaftes wieder ist, weil sonst kriegt es langsam Anfall. Okay, Zommer Redstone. Zommer Redstone. Und... Zommer Osmium. Bis letzt läuft es eigentlich noch relativ gut. Und ich hoffe, dass es auch so weiterhin läuft. Ähm, ich will außerdem mit euch zusammen, habe ich beschlossen, ähm, das Gebäude bauen. Bedeutet, wir werden jetzt einfach mal hier schon mal die grundlegende... Ich habe irgendwie Angst, dass mein Video wieder hängt. Ich weiß nicht, wieso das hängt. Ganz ehrlich, ich habe null Plan, wieso. Mein Rechner ist nicht schlecht. Ich habe wirklich aufgerüstet auch. Und ich hole mir jetzt dann hoffentlich in der Zukunft auch mal so eine GeForce 1000 da. Bloß bis jetzt habe ich echt null Plan, was da los ist. So, okay. Ich werde das jetzt so teils, teils machen. Teils wahrscheinlich sogar, wenn es so Boden ist oder sowas, wahrscheinlich großteils mit... Auch Offenlein mal machen. Oder schau mal. Quasi. Ja, jetzt werde ich schon wieder unterbrochen. Ah, und die Tür hat nicht zugemacht. Warte mal kurz, Leute. Oh. So, jetzt bin ich wieder zurück. Musste kurz an die Tür. Schauen, ob ich das dann kurz vorstellen muss, ob man das hört im Hintergrund, dass wer da spricht. Weil wir wollen natürlich keine Privatsphäre verletzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, zweimal die hier. Äh, jetzt haben wir zweimal die Advanced, ne? Ja, gut. Ähm. Die Advanced. Scheiße, falscher Knopf. So, hier. Ne, für was habe ich denn jetzt die Advanced überhaupt gemacht? Ach, für Dechner. Ne, für Osmium. Osmium Compressor. Und der braucht dann nochmal vier von den anderen. Zwei Buckets. Steel Casing. Ach du Scheiße. Ist der teuer. Okay. Vier von denen haben wir noch. Gut. Dann brauchen wir jetzt Stahl. Okay. Nehmen wir mal schlecht. Wir brauchen viermal Stahl. Man bräuchte so einen Loop-Automaten. Der das automatisch in so einen Loop reinhaut. Das wäre richtig cool. So, schauen wir mal. Wie schnell wir sind. Das ist jetzt eher so ein Zeit-Zurun-Game hier. Ich will jetzt auch demnächst mal vielleicht wieder ein anderes Spiel mitspielen. Also sowas wie Battleship oder Warship. Ich weiß noch nicht genau, was ich spiele. Außerdem kommt jetzt wahrscheinlich bald so eine Trash Knight. mit der Andriana Jungwood. Wir haben das heute mal ein bisschen besprochen. Und die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Der einzige Nachteil an der Ausführung ist eigentlich nur, dass man natürlich da viele Trash-Spiele braucht. Und wenn ihr eins habt, wäre ich mir sehr erfreut, wenn ihr es mir schicken könntet. Und sagen, natürlich bitte Free-to-Play, weil wir wollen noch nicht wirklich Geld für Trash-Camps ausgeben. Aber wenn ihr sagt, okay, guck mal. Das ist Free-to-Play und voller Trash. Schickt uns das mal. Wir schauen uns das mal an. Und dann werden wir mal entscheiden, ob wir das in eine Folge mit einbeziehen können. So, ich mag jetzt hier langsam fertig werden mit dem Ding. Ähm, Ankylosaurus, bla 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 bla. Ich könnte mal wieder was essen, ne? Ähm, was haben wir denn am meisten? Guck mal, wir haben sogar am meisten von denen hier. Am meisten Ananas. Wer frisst denn hier so wenig Ananas? Also ich kann euch ja mal kurz dann auch zeigen, was ich für eine Überlegung ich allgemein hatte für, ähm, das Gebilde hier drüben. Und zwar habe ich überlegt, dass wir hier diese Rundung dann aus Glas machen. Und dann hier so zwischendurch halt Stämpfen rein. Jetzt muss ich noch gucken, wie genau. Ich glaube, hier so ein Stämpfen einfach rein. Und dann hier noch so ein Stämpfen rein. Und das dann alles aus Glasfassade. Und da oben dann im zweiten Stock oben drüber so eine Glaskuppel bauen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es machen will. Auf jeden Fall will ich es richtig episch bauen. Damit es auch nie in Vergessenheit geraten wird, wie Jurassic Park. Ähm, wir wollen natürlich an die Geschichte rankommen. So, wir werden aber wahrscheinlich auch so ein Ding nochmal brauchen. Weil ich glaube nicht, dass wir mit dem simplen Zeug auskommen werden. So. Und da wird es natürlich unsere Hightech-Maschinen haben. Können wir die hier reinfüllen. Und das Zeug ist ganz schnell durchgeschmolzen. Wir können uns jetzt auch gleich mal ein Osmium nehmen. Ein Osmium, mein Freund. Und so. So, was brauchen wir denn noch? Ähm, ach scheiße, das bauen wir gerade nicht. Geh, ne? Osmium-Kompressor. Ja, da haben wir eh alles, was... Ne, zwei Eimer brauchen wir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die vier Steel. So. Eins, zwei, drei, vier. Einmal Osmium. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei Eimer. So, und jetzt brauchen wir nur noch diesen Osmium-Kompressor. Zack. So. Wo kann ich dich jetzt noch anschließen? Ich hab Platzmangel. Aber also, was für die Zeit tue ich dich hier einfach von hinten? Äh, wir brauchen eigentlich nur zweimal Obsidian, ne? Bedeutet Kiste? Refined? Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Scheiße. Ein noch Obsidian? Ja, hab ich noch. Eins, zwei. Wir brauchen mal schnell hier nochmal. Oh, das war eine blöde Idee. Verdammt. Okay, Redstone kann ich eh... Das ging mir jetzt zu schnell. Scheiße. Ja, ich weiß, das sagt man nicht, aber, ähm... Wir lassen noch einen durchlaufen, okay? Dann haben wir nämlich zwei auf Vorrat. Ja, und ich bin dumm, ich weiß. Aber wir haben eh Redstone auf Massen. Also, dampen wir das mal schnell. Tun einen von denen hier rein. Der ist ja gleich 100. Und dann können wir hier mal gleich, ähm, die Obsidian reinhauen. So, ähm, aus was machen wir denn jetzt dann das Gebäude? Wir brauchen mal kurz den hier und dann schauen wir uns mal an. Die Außenwand. Elegant, aber trotzdem schön ausschauend. Ist jetzt natürlich so eine Sache, ne? Holz ist ja wahrscheinlich nicht cool, aber... Irgendwie passt das nicht so ganz. Also, ich glaub, da unten müssten wir schon noch aus Stein bauen. Hm. Also, jetzt haben wir hier gleich mal zwei Refined. Ne, eins, zwei mach. Hä? Warte mal, ähm, wir brauchen dich hier. Bedeutet, wir brauchen dich und dich. Ach, Osmium. Fickt euch doch, ey. So. Jetzt sag mir nicht, dass eins nicht reicht. Euer Ernst? Ich brauch noch eins für das Ding? Das ist ja voll die Verarsche. Voll der Verbrauch und so. Okay. Die zwei Obsidian haben wir jetzt schon mal. Die Chest. Klasse. Ich sehe was, was du nicht magst und was ich nicht mag. Und das ist Stil. Geiße. Und zwar brauchen wir diesmal zehn Stück dafür. Bedeutet, wir können jetzt auch Diamant dumpen. Ey, wir sind so rich bitches. Ich sag's euch nur so. Wir sind so richtig rich bitches. So. 20, 10. Hab ich gesagt, dass wir diese Folge fertig werden? I just lied. Ähm, ja. Kann ja mal passieren. Schau mal beim T-Rex schnell vorbei. T-Rex. Raxi. Raxi, Bexi. Schatzi, Wurzi. Wo bist du? Knudelchen. Wurzeln. Hi, Knudelpuddel. Deine Fresse wird immer größer und hässlicher. Aber abgesehen hat es auf mich noch nicht, wie es scheint. Wahrscheinlich erst, wenn ich größer als er bin. Also ich glaube mal, der muss größer sein als ich. Aber er mag immer noch seine Höhle. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Ähm, wo siehlen wir den denn dann hin? Andere Fahne. Wir können natürlich da jetzt dann irgendwie so einen Zaun rumziehen. Es wird auf jeden Fall sehr schwer, weil ich würde das hier gern als Jungtiergehege haben. Haben wir sowas wie ein Safari-Netz eigentlich in dem Schmott-Pack drin? Safari. Nein, okay. Wir haben nur einen Safe. Wir brauchen außerdem einen Bunker. Wo Energie notfalls hergestellt werden kann. Und, und, und. Weil, man hat ja schon gesehen, ein Tyrex kann viel. Und Manuki hat mir noch nicht zurückgeschrieben, wie ich die Dinger am besten bauen kann. Yay. Bedeutet, wir stehen jetzt im Grunde kurz vorm Untergang, wenn das so stimmt. Und, und dann haben wir ein dezentes Problem. Hey. So. Okay. Ähm. Wie weit seid ihr? Ah. So. Das ging schneller als erwartet. Jetzt leckt es kurz. Können Sie ja nicht. Das Bild und alles kurz verrückt worden ist. Also ein Inventar ist mit Hightech voll, ey. Das Hightech-Inventar. Was kann ich mit Curly Leaves anfangen? Wie gucke ich denn? Curly Leaves. Curly Leaves. Ja, wir haben es doch. Aha. Ja, das kann ich mit euch anfangen. Alter, jetzt leckt es gerade echt wieder. Curry Powder. Ach, schau. Oh Gott im Himmel. Random Taco. Chicka Bomb. Curso. Was ist nochmal Curso? Peperoni. Pork Sausage. Boah, geil. Ja, und euch schon mal hier rein, damit es hier ein bisschen schneller geht. Wir wollen natürlich die schnellste Verarbeitung hier haben. Je schneller, desto besser. Wir sind auf 5 Beinen. Und warum habe ich echt 10 gemacht? Ich hätte doch eigentlich nur 5 gebraucht. Oder? Alter. Manchmal leckt hier echt der Ton. Und ich weiß nicht wieso. Das macht mir aber richtig Schiss. Steeldast. Okay. Schon wieder! Okay. Okay, Raffel. Ganz ruhig. Wir brauchen... Mecker. Mechanism. Der Roboter. Wir sind schon relativ weit. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von euch noch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Eisen. Äh, wir brauchen einmal Redstone. Ach, wo die sind. Eine Redstone. Perfekt passend da. So brauche ich noch irgendwo sowas. Den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Nee, okay, passt. Äh. Oh, das ging mit Redstone? Äh. Ja, was? Äh, was? Ach, aus mir und war das Hoppser. Dann kann ich hier einmal das weglegen und kann nochmal hier 17 von dir reinholen. Und noch einen für dich. So, okay. Ich kann mal anfüllen mit dem Zeug hier, das hier reinhauen. Okay, jetzt kommen wir langsam in die spannende Phase. Die wird echt spannend. Und jetzt machen wir noch diese Folge fertig. Okay, jetzt tun wir das Eisen rein. Okay, wir sollten jetzt auf jeden Fall, glaube ich, die Kiste machen können, ne? Nee, warte mal, wir brauchen dafür Holz. Und das Holz habe ich in meinem Chisel drin. So, okay. Wir brauchen zwei Kisten. Okay, und jetzt müsste... Ach, scheiße, ich bin... Manchmal komme ich mit meiner Maus extrem scheiße zurecht. Glas fehlt mir auch noch. Scheiße. Ich habe kein Glas mehr. Bitteschön, was? Okay, ich wollte schon sagen, ich habe kein Glas mehr. Warte. Das kann ja echt gar nicht sein. Ich und kein Glas. So, einmal der ME-Chest. Dann brauchen wir noch ein paar von euch. Gold brauchen wir noch. Gold und was brauchen wir noch? Gold und Redstone. Nehmen wir einfach die von dir mit. So, okay. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir ein Energy-Tablet. So, okay. Und das muss ich mir jetzt leider anzeigen lassen, da wahrscheinlich so einige Sachen hier nicht funktionieren. Ah, nee, warte mal, wir müssen den Roboter bauen. Scheiße, ich Idiot. Den müssen wir ja bauen. Bedeutet, hier... Hier... Das ganze schöne Hightech-Zeug. So eine unnötige Verschwendung. So, und noch ein Steel. Boah, wie geil. Robotik. So, und jetzt nehmen wir... Legen wir erstmal das zurück, was wir nicht mehr brauchen. So, das ist wie Steel. Redstone. Gold. Machen erstmal Platz für das zurück, was wir jetzt brauchen. Also der Robotik zum Beispiel. Zweimal dich. Die kann man zum Beispiel wieder nicht platzieren. Zweimal euch. Einmal dich. Und dann mal Steel Casing. So. Logistics Sorte. Jetzt packe ich mal meine epischen... meinen Epic Knowledge hier raus. So. Du gehörst hier hin. Und du gehörst hier hin. Bam! So, okay. Und jetzt brauchen wir unsere epischen Kabel. Advanced. Und jetzt gehen wir schnell rüber. Ah, ich bin gespannt. Also, wir brauchen noch eine Kiste. Ähm, wir brauchen noch eine Kiste die Kiste. Wir können auch mal schnell zwei machen, ne? So. So. Okay. Schnell rüber. Schnell rüber. Schnell rüber. Schnell rüber. Wir sind schon wieder bei den 18 Minuten. Ich will ziehen in letzter Zeit so. Also, das kommt halt davon, dass ich in letzter Zeit wirklich Bock auf aufnehmen habe. Und ich bin gerade extrem aufgeregt. Ah, so. So. Hier schnell rüber. Hier rein. So. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Komm, 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 komm. Hier gehört er eigentlich nicht hin. Aber hier haben wir gleich eine der besten Stromanfindungen direkt. Äh, so. Und. Jetzt macht die nicht auch wieder Strom, weil sie sind natürlich jetzt gleich schon gebrochen. So, jetzt tun wir hinten noch die Kistis dran. Und. Digital Miner. Konfig. Ich würde sagen, mit einem epischen Bild von unserem Digital Miner, verabschiede ich mich von euch und das konfigurieren. Das machen wir in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.